Hallo, mein Name ist Stefan Paul, ich bin gelernter Koch und arbeite heute als Foodstylist und freier Autor für kulinarische Themen. Mein Buch, Monsieur, der Hummer und ich, das jetzt im Hamburger Mayrisch Verlag erschienen ist, gibt Einblick in die doch sehr skurrile Parallelwelt, in der sich Köche und Sterneköche befinden, ein Blick hinter die Küchentür sozusagen. Auch werden in meinem Buch dringende Fragen geklärt, wie zum Beispiel, erzählt Paul Bocchus gute Witze? Wie schmeckt eigentlich Kartoffelsalat aus der Fritteuse? Und warum können die Deutschen eigentlich nicht grillen? Eine Frage, mit der sich das Buch auch beschäftigt, ist, wie ist es eigentlich für Deutschlands prominentesten Gastrokritiker zu kochen und dabei grandios zu scheitern? Und das verrate ich Ihnen jetzt sofort. Die Geschichte heißt, ich bekochte Wolfram Siebeck. Flammen tanzten über den fettschwitzenden Entenbrüsten in der schweren Pfanne und erleuchteten die schweißglänzende Stirn des Rotisseur, der geübt wie ein Boxer dem Feuer auswich, mit der rechten Hand die Pfanne vom Herd zog, mit der linken dicke Butterwürfel in die dunkelrote Weinreduktion fallen ließ und konzentriert rührte, bis die Würfel geschmolzen waren und die Soße schimmerte wie roter Sand. Des Gemüseherrschaften, wir sind zu langsam Tisch 5 kann und die Rotbaden für Tisch 8 stehen und werden älter. Was ist los mit Ihnen, Herrschaften? Die Geste am Tisch 5, die fragen, wo die Enten bleibt. Da hing er, betont gelangweilt am Servicepass und starrte glubschäugig in die Küche der neue Kellner aus Österreich, arrogant, aufgeblasen und getrieben von der stetigen Sorge um sein Trinkgeld. Einfach Schnauze halten, Heinz, und weg vom Pass, das ist zu heiß für dich, riet der Rotisseur mit einem kurzen Blick auf das Männlein, zerrte die vorgewärmten Teller aus dem Rochot und schob sie zur Hälfte unter die glühenden Schlangen des Grills. Minuten später waren die Teller angerichtet und auf der einen Seite handwarm. Der Rotisseur griff zu und trug die Teller zum Pass. Vorsicht, heiß! Die ihm abgewandten Seiten der Teller hatten unter den Grillspiralen die Temperatur glühender Lava angenommen. Tisch 5 marschiert, des wird aber auch Zeit. Heinz gab sich wirklich Mühe, ein beherzter Griff, eine galante Drehung vom Pass weg, ein großes Augenrollen im Moment der Erkenntnis und dann ließ er sehr elegant und variantenreich den linken Teller einfach fallen, den rechten warf er zügig in die Höhe und starrte in einem Regen aus Entenbrustscheiben und geschnitztem Gemüse, schreiend auf seine Blasen werfenden Daumen. Mensch, Heinz, seufzte der Rotisseur in väterlich nachsichtigem Ton. Das dauert aber wieder an Tisch 5. Meine Güte! Und wendete sich der applaudierenden Küchenmannschaft zu. Herrschaften schnell, zweimal Entenbrust neu, für Tisch 5 kann sofort. Monsieur bog eilig um die Ecke und wedelte mit einer Reservierungsbestätigung. Er kommt, rief Monsieur, trat in Entenfleisch und Rotweinbutter und blickte irritiert zu Boden. Seid mal, Heinz, was machen Sie denn da? Monsieur wischte sich die Soße von der Schuhsohle, murmelte verärgert, die sind handgenäht, richtete sich wieder auf, nahm Haltung an und klippte die Reservierung feierlich an die kücheneigene Magnettafel für Extraveranstaltungen. Wolfram Siebeck kommt. Es wurde ganz still in der Küche. Nur noch die asthmatisch atmende Abzugshaube war zu hören und ein klagendes Wimmern vom Verbandskasten her. Der Besuch eines Testers wirft die gesamte Küche in einen Modus äußerster Aufgeregtheit, die ich nie ganz verstanden habe. Wir kochten doch auch sonst ganz ordentlich. Doch bei Testeralarm blusterte sich das Amüsköl plötzlich zur Vorspeise auf. Jeder Teller wurde zehnfach geprüft, bevor er in den Speisesaal ging. Aus dem Nichts tauchten zahlreiche Zwischengänge auf, Verunsicherung pur und 15 Pralinen zum Kaffee. Der aufmerksame Service eines Sternerestaurants ist immer angewiesen, mögliche Tester zu melden. Alleinsitzende, Herren, mittleren bis hohen Alters, die mit Notizblöcken bewaffnet querbeet essen, sind verdächtig, Testeralarm wird ausgelöst. Auch sehr verdächtig sind Menschen, die darum bitten, die Weinkarte während des Essens am Tisch behalten zu dürfen. Um diese sehr einfachen Regeln wissen auch reisende Geschäftsleute. Sie machen sich einen schönen Abend, spielen Tester und können Höchstleistungen erwarten. Köche sind aber auch nicht ganz blöd. Es gibt Telefonketten von Haus zu Haus. Ist ein Tester erst einmal wirklich als Tester entlarvt, setzen sich die Köche ans Telefon und informieren ihre Kollegen im größeren Umkreis. Autonummern und Fahrzeugtypen werden durchgegeben, Personenbeschreibungen gefaxt. Die Serviceteams ganzer Landkreise und Bundesländer starten daraufhin die tägliche Rasterfahndung im Restaurant, Garten werden eilig umgeschrieben und die Küchenmannschaft hat für mehrere Wochen Urlaubssperre. Herr Siebeck ersparte uns diese für alle Beteiligten entwürdigende Nummer. Nicht aus grundgütiger Freundlichkeit, sondern weil die Nase des Herrn Siebeck einfach zu bekannt ist, um noch im Verborgenen zu schnüffeln. Deutschlands Gourmetpapst war zudem ein ausgewiesener Freund unseres Hauses. Was also sollte schief gehen? Hausmeister Wittek hatte Siebeck schon fünf Minuten zuvor in der Garage gesichtet. Von dort wählte er die Nummer der Rezeption. Er ist da. Die Rezeptionistin machte sich auf den Weg in die Küche. Monsieur Wolfram Siebeck hat das Gebäude betreten. Monsieur drehte sich feierlich um und blickte jedem von uns kurz in die Augen. Meine Herren, er ist da. Sie wissen, was zu tun ist. Wir haben das geübt.